Ja, drei Foto. Wir haben gesagt, nur durch drei Foto gehen wir nach. Oh, das wird laut. So, wartet noch nie. Oh, doch mal runter. Willst du dich hier hinsetzen? Oh, das wird laut. Oh, wartet auch mal. So, drei Foto eins. Da sind wir zwei, sind drin. Unsere Fanpage ist drin und Eugen. Grüße. Hallo, Leon. Hallo, Eugen. Hallo, Eugen und hallo, Leon. Ich habe. Ich brauche jetzt unsere Fanpage. Danke, Eugen. Danke, Eugen. Danke. Hier müssen wir ein bisschen. Wir müssen. Eugen. Mal hängen sie weg. Aber lang ist dann. Da sind meine Füße. Jenny, guck doch mal. Also, wie ihr seht, wir haben hier voll den Trubel heute. Ich sitze hier oben mit Zettel und Stift. Denn ich schreibe heute die Namen mit, die drin sind. Weil wir dann noch was ankündigen für euch. Heute gibt es nämlich was zu gewinnen. Ähm, wer ist das? Ähm, was ist das? Diese? Soko? Danke, Leon. Dann könnte es aber ganz schlicht sehen. Weil er mit dem Händpullover da sitzt. Wir müssen eigentlich tauschen. Mirio, Stanley, tauschen bitte die Plätze. Wir kriegen sonst die Namen nie gelesen von den Followern. Aber du musst nicht von den Zuschauern. Stanley, konzipiert. Ich bin mir gelohnt. Du bist so weit weg. Stanley, du liest jetzt nicht die ganze Zeit mit. Du guckst auch hierher. Holger Eyring. Holger Eyring. Holger Eyring. Liebe Grüße zurück aus Sachsen. Ihr seht, wir sind voll am Tun. Zocko778, ne? Zocko778. Und der eine, wo Chris nicht mehr weiterschreiben konnte? Eugen hast du auch? Eugen hab ich, Eugen hab ich natürlich dabei. Oder ihr schreibt alle mal was, dann sehe ich die Namen viel, viel besser. Grüße aus Sachsen. Danke für die Panda. Danke für die Pandas. Aus Hannover Linden. Aus Hannover Linden. Na Leon. Leon. Aus meiner Heimat. Mann, wär ich gerne dort jetzt. Leute, schreibt mal bitte uns alle wenigstens. Ja. Irgendwie. Jeder, der, der was reinschreibt, der wird aufgeschrieben, weil wir heute was verlosen, ja? Aber ihr müsst uns was schreiben, sonst sehen wir mal nicht, wer alles drin ist. Hallo, Weibs. Zocko, aus Thüringen. Hallo, Weibs. Weibs ist da? Weibs, ja. Weibs. Hast du Leon schon aufgeschrieben? Leon ist aufgeschrieben, aber an der sich, ja? Leon, Schädler als erstes. Also wir haben neune. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir sind zehn. Ja, aber Moment. Sechs. Zehn, neun. Acht. Acht. Uns, wie's uns geht als Bonbon? Drei, zwei, eins. Wir haben neun Leute. Uns geht das sehr gut. Sehr, sehr gut. Uns geht's gut. Außer Chrissi, wie hier. Doch, der geht's auch gut. Eins, Bonbon, was? Drei, zwei, eins. Ja. Aber wir wollen jetzt ja nicht nur schreiben. Im Grunde geht das hier ja um ne Party, nicht um ne Schreibarbeit. Genau. Ich schreibe eben rein. Das können wir ja gleich noch, genau. Das erklären wir euch, warum. Aber eigentlich haben wir ja dieses Live mal schnell reingerufen, für ne halbe Stunde angemeldet. Weil wir euch natürlich allen danken wollen, für eure Unterstützung. Denn wir sind jetzt schon seit dieser Nacht über 10K. Ja. Yeah. Danke. Und? Vielen, vielen Dank. Wuhuuu. Der nächste. Der nächste. Nach oben. Sehr gut. Nochmal. Ich hab doch schon gemacht. Hä? Hä? Voll so klein. Ach, ihr habt beide zusammen gemacht. Ach so. Gar nicht mitgekriegt. Hä? Ist das... So. Anstatt dann zusammen reden wir über das Ding. Wollen wir nicht... Vielen, vielen Dank. Wollen wir das nicht so machen. Wir gehen heute Abend nochmal live. Und dann machen wir das mit den Namen. Heute ist mit der halben Stunde sehr, sehr begrenzt. Genau. Also Leute. Wir machen es mal so. Da das jetzt wirklich sehr begrenzt ist. Weil unsere Mili ja wieder Mama-Wochenende hat und dann zu Mama geht. Heute beschließen wir gerade, dass wir heute Abend nochmal live gehen. Und zwar auf TikTok und YouTube. Und? Ja. Auf beiden. Auf beiden. Und zwar wollen wir als Dankeschön für euch, dass ihr uns total kräftig unterstützt, eine kleine Verlosung machen. Und zwar werden wir unsere ersten... Was denn? Eisbonbons, Handy ist kaputt. Wie in einem Knall. Euch bitte für die Videos machen wir es sehr gerne. Ähm. Wer hat denn unsere ersten... Rüderutsche? Das Handy ist kaputt. Hahaha. Wir haben das Handy gerade explodieren lassen. Bumm. So. Jetzt rede ich schneller. Unsere ersten Autogrammkarten verlosen. Genau. Aus NRW. Was haltet ihr davon? Wer ist dabei? Wer hat Bock drauf? Ich bin dabei. Wer möchte eine Autogrammkarte von uns haben? Ich. Ich. Ja. Alles ist dabei. Halt mal meinen Haaren auf. Zocko. Nein, brauche ich nicht. Zocko. Eisbonbon. Na klar, Eisbonbon auch. Und... Jungs, dann machen wir das. Oder Mädels. Jungs und Mädels. Wir wollen ja lokal sein. Sind wir auch? Sind wir auch. Heute? Amt. Um 18 Uhr. Was? Um 18 Uhr schon? Was denn? 20 Uhr 18 Uhr. Nein. Nein, 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 nein. 21 Uhr dürfte nicht mehr drauf sein. Also 18 Uhr. 18 Uhr. Wir machen 18 Uhr. Wir machen da noch einen Termin bei TikTok fest. Und schreiben das auch nochmal in die WhatsApp Gruppe. 18 Uhr heute. Bist auch mal da. 5 Beauty Palace. Super. 18 Uhr heute. Da gibt es was zu verlosen. Müssen wir das nicht auf YouTube auch noch rein? Ja. Aber kann ich jetzt gerade mal einen? Ich meine dann. Kann man das später hören? Hallo Nico Santos. Ja, also wie gesagt. Hey, 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 hey. Ich kann nicht lesen. Mein Männle, der redet hier mit Louis. Jetzt ist der Bildschirm aus. Weil du drückt hast. Wo sind die blauen Haare? Heute 18 Uhr. Haare? Was willst du heute noch alles 18 Uhr machen? Blaue Haare, die Verlostung. Ich komme um 18 Uhr schon mit blauen Haaren. Ah. Ach nee. Ich habe nicht dabei. Die Haare von den Jungs machen wir tatsächlich am 24. Was? Oh mich nein. Weil da kommt Emilio erst wieder. Ne. Der färbt doch nicht. Was? Der färbt doch nicht die Haare. Ja, wer will dabei sein? Oder wie? Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da kam ich gerade rein. Dann zieh du nur weiter zu hinten. Okay. Also Jungs und Mädels. Liebe Follower. Wir haben die Konfettikononen gerade geplatzt. Für die, die jetzt erst reinschalten. Danke. Danke. Wir vielen Dank für eure komplette Unterstützung. Ihr seid spitze. Ihr seid echter Hammer. Wir sind über 10k. Und daraufhin haben wir uns überlegt, heute Abend 18 Uhr gehen wir nochmal live und starten eine Verlosung von unseren ersten Autogrammkarten. Genau. Wer Bock hat, ist bitte dabei. Punkt 18 Uhr. Starten wir. Mit blauen Haaren. Danke für die ganzen Rosen. Dankeschön. Dani wird blau sein. Genau. Ich werde mein Versprechen heute einlösen mit blauen Haaren. Und bei mir auf der Skaterbahn. Ihr seid der Hammer. Danke Leon. Ihr seid der Hammer. Ihr Haare pink, das gefällt mir. Nein, nein. Blau. Pinte Haare. Blau war ausgemacht. Blau war ausgemacht. Und die Jungs waren... Holger, Eirin, sowas von. Aber sie könnt ihr öfter eure Live ankündigen, so kann man die nicht verpassen. Genau das ist mein Reden seit Monaten, Jahren, Jahrhunderten. Aber es hört hier keiner auf uns. Was denn? Ich kann nicht lesen. Du zappelst so rum. Aber so könnt ihr öfter euren Live ankündigen. So kann man die nicht verpassen. Ja. Wie wir es heute gemacht haben. Ja. Werden wir jetzt immer so tun. Machen. Jetzt machen wir uns einen Termin. Wir buchen Termine. Aber das ist richtig so. So funktioniert das. Nee. Auf den Dani hört man auch wieder nie. Nee. Auf den Körner nicht auch hören. Siehst du? So geht es mir hier. Da sagt sie immer, ihr geht schlecht mit... Robert! Robert! Unser Robert! 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 Hi Robert! Hi! 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 Ihr seid echt spitze. So. Ich meine für viele Leute ist das jetzt auch noch ein bisschen früh, die noch arbeiten müssen. Deswegen machen wir die Verlosung tatsächlich erst um 18 Uhr. Also wir gehen 18 Uhr live. Genau. Warten dann natürlich noch auf ein paar Leute, die noch reinkommen in unseren Live. Ja. Erklären dann nochmal alles. Er will schon auf Daniel hören. Er will schon auf Daniel hören. Stanley ist viel besser. Mit seinem Stanley ähnlich. Und dann starten wir auf alle Fälle in diesem nächsten Live dann 18 Uhr die Verlosung. Tagzeit. Wie lange brauchst du denn in Richtung Heimat? Macht es Sinn, dass du auf der Autobahn? Hm. Uns geht's gut, Robert. Hast extra Urlaub gemacht. Das ist aber so. Ja. Moin, Moin, Error. Ja. Stanley. Und Finger auch schwarz um 18 Uhr. Meine Finger? Finger nägel, meine. Ich schreib ihm her, weil er nicht dabei sein kann. Wer? Für mir. Aber ich weiß gerade nicht mehr. Dark Raven. I.T. Dark Raven. Dann sagen, dass wir 18 Uhr noch mal live gehen, aber du kannst es auch dann schreiben. Jetzt sind wir bitte live und jetzt sind wir bitte hier dabei. Du meinst die Fingernägel von den Jungs? Schwarz. Nein, bei mir nicht. Du bist ja nicht da um 18 Uhr. Also schwarze Fingernägel will ich haben. Das Konfetti macht... Emilio. Emilio weg. Wieso ich? Weil du so'n Spaß damit hast. Ich mach doch immer mehr Konfetti, für welche die noch reinkommen. Nein. Ganz ehrlich, das Konfetti machen wir alle gemeinsam weg. Das ist dann so. Ich nehm nur ein bisschen. Immer der, der mich am meisten anguckt, der macht am meisten heute. Also, ich habe heute Abend schwarze Fingernägel. Ich bin wirklich schon... Eifernägel, Grazi. Weil er wie du dein Jüngstes. Genau. Grüße aus Sachsen. Ausfahrt, Mitch. Hast du hier Ausfahrt verpasst? Ausfahrt. Dass du gleich der Jüngste bin. Hallo. Wir verpassen es auf irgendeinem Video auch. Also gerade sie verpasst sehr gerne die Ausfahrt. Wo denn noch sagst du? Brille hochschieben, Luis. Luis ist doch fleißig. Der soll aufräumen. Brille hochschieben. Ist doch die ganze Zeit. Heute Abend werdet ihr auch mal dann im Stream nochmal was erfahren, was wir noch so geplant haben für euch. Vielleicht voraus wird da noch ein bisschen mehr. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Kommst du wieder vor? Ja. Ich bin wieder da. Nur vielleicht. Luis. Frille hoch. Ja. Das wurde vorhin schon wieder gesagt. Habe ich schon gemacht. Ja. Genau so ist es. Also jetzt lassen wir die Kanonen mal ein bisschen knallen hier. Kanonen? Ja. Kannst du auch wissen. Die größte Bombe ist heute schon geplatzt. Ich lasse mehr Bombe sein. Der Kielfitz mit dem Kaugenie war. Der war gut. Ja. Ja. Von mir jetzt kann ich Ihnen nochmal erzählen. Darf ich? Nein. Doch. Ja okay. Du hast es auch gesagt. Also. Äh. 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 Ich habe schon Angst davor. Hm. Hätte ich aber auch. Zuerst ist es hart und trocken. Dann nimmt man es in den Mund. Weil dann holt man es wieder raus. Danach ist es weich und klebrig. Ratet mal was es ist. Habt ihr noch nie was von Kaugummis gehört? Hehehe. Hehehe. Ähm. Genau. So. Wir haben sitzen. Also für alle die jetzt nochmal reingekommen sind. Ich wiederhole mich gerne. Hehehe. 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 Heute 18 Uhr Verlosung. Ganz genau. Alles andere erfahrt ihr dann. Genau. Seid dabei. Seid gespannt. Und wie gesagt vielleicht verraten wir dann noch ein bisschen was von unseren Ideen was was wir so in den nächsten Monaten vorhaben. Vielleicht. Das liegt da. Das liegt auf der Playstation. Hallo. Das Konfetti. Das liegt überall. Da muss man aber auch mal ein paar Namen sagen. Mariale. Tsch. Drei. Die Fanpage ist dabei. Sehr schön. Ne man muss nur sagen. Was? Oh es gerade auf. Man muss sagen. Du kannst dir was wünschen bei Los. Hehehe. Genau. Oder man geht ins Gefängnis. Good afternoon my friends. Das ist der aus Brasilien. Ja mein Fan aus Brasilien. Ich muss verraten. Bei dir. 12B. Kannst du das bitte kurz auf seiner Sprache übersetzen was wir heute Abend geplant haben? Boah der redet auch Portugiesisch. Nichtbarnisch. Kann er nichtbarnisch verstehen? Dein Portugieser? Ja. Versuch's mal. Alla 6. La tarde. Demus una tombola. Ich schreib es nenni. Was? Ich soll. Du musst verraten was ihr macht. Nein. Nein. Das wird schon eine Überraschung bleiben. Los. Stopp. Schade. Dann hab ich für euch ein Rätsel. Nein. Was hat am meisten Ähnlichkeit. Mit der Hälfte vom Mond. Das ist ein Rätsel. Hä? Eisbonbon. mit der Hälfte vom Mond. Was hat am meisten Ähnlichkeit. Mit der Hälfte vom Mond Mit der Hälfte vom Mond Eine Sichel Sichel? Was ist denn das jetzt? Ich verstehe gar nichts mehr Wir sollten mal dem aus Brasilien Goodbye sagen Goodbye Also klär uns mal auf mit der Hälfte vom Mond Tatsächlich Die andere Hälfte Sehr gut Das ist genauso wie der rechte Winkel Gegenüber vom linken Winkel Könntest du gerne machen Kann ich noch Schwarz um Wolfitz schreiben Ja genau Ihr seid gut Er flüstert, der lügt Der lügt Warte, wir gehen nochmal zurück Erro Ich hab den Namen nicht Erro-Rekord 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 Thank you I'm a big fan of you Here in Brasil Thank you Thank you You are the best Thank you Carmen Hallo Carmen 18 Uhr Verlosung Seid dabei Also für alle Die nochmal eingeschalten sind Du darfst Was darf er? Wollt ich nicht Was darfst du? Schwarz-Aumor Ach so, wo, ja Liebe euch, tolle Familie Danke, danke Danke, danke Für alle, die erst eingeschalten haben Heute Abend, 18 Uhr Startet unsere erste Verlosung Alles andere erfahrt ihr natürlich Wenn ihr einschaltet Um 18 Uhr Mit blauen Haaren Was für eine Verlosung Erfährst du um 18 Uhr, Carmen Das hat sie geschrieben Wo er noch gehört hat Ich weiß Oh, Kevin Nein, es gibt den FIFA Hallo Kevin Kevin, hi Der ist schon längst drin Du hast jetzt schon verloren Nein Das weißt du doch gar nicht Irgendwie verloren Wir schreiben uns die Namen auf Machen die in eine Schale Und ihr pickt euch fünf raus Weil fünf können gewinnen Fünf Alle fünf können gewinnen Was? Wir packen ja nicht nur fünf Zettel rein Und fünf gewinnen Dann haben ja alle gewonnen Wir packen die ganzen Namen Die dann beim Live dabei sind Ja Schreiben wir uns auf Schmeißen die da rein Und dann wird gelost Und fünf dürfen fünf Der war gut Ich habe fünf Nein, es gibt ganz viele Schnipsel mit Namen Also wenn nur fünf online sind Gibt es nur fünf Ja Ich habe Können wir das nachher Ich habe Ich habe einen Rollstuhlfahrer In ein brennendes Haus In ein brennendes Haus Reingeschubst Und habe Hot Wheels gesagt Der war gut Ganz dünnes Eis Hallo Thomas Der war perfekt Aber da habe ich auch einen Mit schwarz Humor Ein Rollstuhlfahrer Ein Schüler Mit einem Rollstuhl Kann noch so gut sein In der Schule Er bleibt immer sitzen Der war auch gut Kennt ihr den mit diesem Bus Ich kann ihn nicht komplett auswendig Okay, dann musst du noch mal üben Nein, um 18 Uhr Ich habe trotzdem ein paar Namen All their names And how old Is each one Please have How each one Speaks, please Emilio Stanley Luis Daniel Chrissy 11 11 12 45 33 Mit wem redest du? Mit unserem Fan aus Brasilien Also? Ich will nicht gut bei sein Das heißt doch Tschüss Viel Spaß fürs Gitarre lernen Für Weihnachten heißt es beim Morgen 18 Uhr sehen wir dich hoffentlich wieder Ja, Einführungdenker Seid dabei 18 Uhr Unsere erste Verlosung Ja, und der war gut Ich weiß Da geht wieder das Handy kaputt Oh, der Rollstuhlfahrer Soll mal Platz machen Das ist ein Gehweg Was wir noch machen Das erfahrt ja auch Alles 18 Uhr vielleicht Lange leid Das habe ich nicht verstanden Aber ich Damit du das nicht nähen Ich schmalt mich gleich an Der Rollstuhlfahrer Soll mal Platz machen Das ist ein Gehweg Ja Kein Rollweg Ja Schmerz Was ist ein Leberkranker Mit weißen Haaren? Oh, den habe ich schon mal gehört Der ist auch krass Ich auch Ja, ich nicht Sag mal Ich weiß nicht welcher Welcher denn? Du gehst kurz in die Schweiz Dann bringen wir Schokolade mit Oh ja Schweizer Schokolade Schweizer Schokolade 18 Uhr gibt es Abendbrot Und eine Verlosung Guste Blume Guste Blume Guste Blume Übel So, wir haben noch 8 Minuten Das heiße Rad Was macht ein Rollstuhlfahrer Spanisch Und German Und spänisch Und spänisch Schweizerdeutsch Spänisch 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 Jetzt Ja, ich habe ja heute schon Eins gemacht Aber das war heute Ein wenig Blöd Was für eine Riese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 11, 12, 13, 14 Ja, guck mal nicht in die Lippen Ja, aber mal gucken, wer davon heute Abend noch dabei ist 20 Hast du uns auf TikTok abonniert, Leon Wolf? Danke 18 Uhr Super Sind wir wieder live Und machen eine Verlosung Sei dabei Schwitzerdeutsch Schwitzerdeutsch Spricht ein schwarzerner Saum Ich Ja, du auch Ja, das habe ich heute auch schon gesehen Emilio, zitter nicht Ich meine Was? Es kommen keine Geschenke Es kommen keine Geschenke Habt ihr ein Postfach? Nein, leider nie Wie? Noch nie Ein Postfach ist das, wo man uns Fanbriefe und sowas hinschicken kann Ach Dass man hier unsere eigene Adresse angeht Aber auf unserem Profil ist quasi eine E-Mail hinterlegt Da könnte jederzeit was schreiben Schoki zukommen lassen kann Ach, Schokolade Dann können wir mal privat schreiben Genau, schreiben wir es mal privat an Habt ein Rollstuhlfahrer eine Witze erzählt, der fuhr voll drauf hat Du bist voll mit Schoki Immer her damit Her damit Immer her damit Schoki ist immer gut Schmeiß es zu uns rüber So ihr Lieben Wir müssen uns langsam wieder verabschieden Was? Ja Leute Wie gesagt Leider war das bloß ein kurzes Wir wollten uns euch nur für die 10k bedanken Über 10k Über 10k Wir haben geboomt ohne Ende Ja Dank euch Und wie gesagt Emilio muss ins Bett Emilio muss ins Bett Hey wir haben Ferien Ne Emilio muss tatsächlich gleich zum Mama Wochenende Genau heute Abend um 18 Uhr sind wir nur zu viert Leider Und um 18 Uhr kommen wir live mit unserer schönen Verlosung Tiffi jetzt wo du da bist 18 Uhr ist die Verlosung Und um 18 Uhr sind wir wieder live Sei einfach dabei Hey Kriege ich ein Hey 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 Ciao Ihr seid die Besten Danke Talk in Spanish Spanisch 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 Dann verstehen nur wir beide Oh no Emilio Okay So Jungs Und Mädels Also bis dann 18 Uhr Wir haben noch ein bisschen was vorzubereiten Schaltet ein Genau 18 Uhr Ciao Tschüss Tschüss Tschüss